. So, liebe Wrestling-Fans. Unser nächstes Match ist gleich das erste der vier Qualifikationsmatches für den Unlimited Championship Title. Wir sehen ja Ivan Keev zum Ring kommen. Ein erfahrener Mann, schon seit 2006 aktiv. Als Erster auf dem Weg zum Ring aus Berlin, Deutschland, mit einem Gewicht von 90 kg. Ivan Keev! Nahezu überall im deutschsprachigen Raum hat dieser Mann schon Erfahrungen sammeln können. Ja, und durchaus ein heißer Kandidat, möglicherweise der erste Unlimited Wrestling Champion zu werden. Ja, er ist genau zwei Matches davon entfernt. Ganz genau. Und sein Gegner. Auch für ihn, für Chase Gillett gilt. Zwei Siege und du bist Unlimited Champion. Ja, und auch über Chase Gillett muss man sagen. Im deutschsprachigen Raum ein Wrestler, der inzwischen nicht mehr wegzudenken ist. Ja. Ein Mann, mit dem man auf jeden Fall rechnen muss. Der Sieger dieses Matches zieht ein ins Fatal 4-Way bei New Dawn und kämpft dort um die Unlimited Championship. Und sein Gegner aus Solingen, Deutschland, mit einer Gewicht von 85 kg. Er ist fresher than you, Jay Skinner! Seid dabei am 22. Februar 2020, wenn es heißt, bei New Dawn, Fatal 4-Way um die Unlimited Wrestling Championship. Einen dieser beiden Herren werden wir da im Ring stehen sehen. Ich zeige euch jetzt mal, wie ein richtiger Wrestler aussieht. Ja, dann nimmt Chase Gillett den Mund schon mal sehr voll. Er will den Wrestlern zeigen, nein, den Fans zeigen, wie ein richtiger Wrestler aussieht. Aber den anderen Wrestlern sicherlich auch. Er will es, glaube ich, jedem zeigen. Ivan Kiew lässt sich davon erstmal nicht beeindrucken. Ja, und ich hoffe, es wird auch gut aufgepasst auf seine Weste. Sonst könnte es am Ende Ärger geben. Aber er braucht gar nicht die Unterstützung der Fans. Nee, Chase Gillett hat das nicht nötig. Ja, im Namen Skillett steckt schließlich auch das Wort Skill. Ja, Lock Up, ganz klassisch beginnt man hier den Kampf. Chase Gillett hat ja eben vom Catchen gesprochen. Oh, jetzt gibt es hier diesen Schlag mit der flachen Hand auf den Rücken. Das gehört wohl nicht zu seinem Bild von Catchen. Ja, da muss sich hier Chase Gillett erstmal noch ein bisschen dehnen und auflockern. Ja, Physio ist ganz wichtig. Ja, von diesen Klaunereien darf man sich natürlich nicht täuschen lassen. Ja, von diesen Klaunereien darf man sich natürlich nicht täuschen lassen. Chase Gillett ist ein absolut versierter Wrestler, ebenso wie Ivan Kiew. Ich glaube, Kiew will ihm jetzt mal zeigen, wie Catchen geht. Ja, da wird jetzt Chase Gillett auf die Matte geschickt. Jetzt findet er sich hier in diesem Front-Headlock wieder. Ivan Kiew zieht hier ja richtig an, kann sich Skillett befreien. Er dreht sich jetzt hier aus, ist mit in diesem Armbar. Jetzt geht es erstmal auf den Arm von Kiew. Ja, beide tasten sich jetzt hier erstmal ab. Sie sind ja wirklich Allrounder, sie können alles. Sie können klassisch ringen, sie sind Techniker, sie sind schnell. Und Skillett sagt, er ist im Kopf von Kiew. Ja, ob das wirklich so ist, wird sich zeigen. Ich würde ja sagen, die Fans sind im Kopf von Chase Gillett. Der lässt sich hier immer wieder provozieren und ablenken. Ja, und wenn auch ihr im Kopf von Chase Gillett sein wollt, dann kommt er in den Elmo-Club, nach Wernigerode. Ganz genau. Ja, es geht hier langsam los. Jeder Wrestler wartet natürlich hier auf einen Fehler des jeweils anderen. Ja, auch Ivan Kiew macht ja einen kleinen Plausch mit den Fans. Ja, beide hören aufs Publikum. Knie in den Magen von Kiew. Jetzt gibt es hier diese harten Schläge in den Nacken. Der Snap-Mail von Chase Gillett gegen Kiew. Tritt in den Nacken hinterher. Ja, aber statt weiter drauf zu gehen, geht er auf die Fans los. Ja, da posiert er doch etwas zu viel. Snap-Mail von Kiew. Das kann er und gleich nochmal härter. Wow, und ich glaube, der Kick war noch etwas härter als der von Chase Gillett zuvor. Ja, da macht sich Kiew ein bisschen lustig über Chase Gillett, der sich jetzt hier vor Schmerzen windet. Ja, ich glaube, hier kommt es ganz drauf an, wer den anderen psychisch dominieren kann in diesem Match. Ja, das denke ich auch. Wrestlerisch sind sich beide sicherlich ziemlich ebenbürtig. Wieder der Lock-Up, Headlock von Kiew an Chase Gillett. Er ringt jetzt Gillett hier zu Boden. Ja, nicht ganz. Noch nicht ganz. Gillett geht hier nach oben. Jetzt hat er ihn am Boden. Und jetzt checkt der Referee auf. Sind die Schultern oben? Ja, sind sie aktuell. Ja, eine gefährliche Position. Sobald die Schultern unten sind, können sie angezählt werden. Jetzt drückt Chase Gillett Ivan Kiew in die Ringecke. Kann sich erstmal befreien. Elbow ins Gesicht von Chase Gillett an Ivan Kiew. Jetzt Whippen. Reversal. Stinger Splash. Avalanche. Dropkick von Kiew. Und Kipper von Kiew. Und da steht er. Ja, so hat sich das Chase Gillett sicherlich nicht vorgestellt. Wieder ein Snap-Mare. Kiew nimmt Anlauf in den Seilen. Tritt ins Gesicht von Skillett. Elbow-Drop hinterher. Ja, Kiew setzt jetzt schnell nach. Cover-Versuch. Ja, da zählt Reno Beetz, unser Referee, nur bis zwei. Der geht nicht durch. Aber das ist natürlich psychisch wichtig, den Gegner zu fordern. Zu sagen, wenn du nicht jede Sekunde aufpasst, dann pinne ich dich. Ja, das Publikum kann auch zählen. Sie zählen mal hier die Trittserie mit. Und er macht die Zehen voll. Da raubt es Chase Gillett die Luft. Und wieder dieser knallharte Elbow von Kiew. Ja, da klammert sich Chase Gillett verzweifelt hier am Stiefel fest von Ivan Kiew. Versucht jetzt mit einem Vorarm zu kontern, doch muss sich dafür den Tritt in den Magen einfangen. Und wieder ein harter Schlag von Ivan Kiew. Ein Schlag von Skillett und Kiew ringt ihn zu Boden. Jetzt drückt Kiew hier das Knie ins Kreuz von Skillett. Und er zieht noch einmal den Nacken nach hinten. Das ist natürlich schmerzhaft. Skillett versucht sich zu befreien. Mit den Ellbogen in den Magen. Wunderschöner Suplex in die Brücke. Aber ins Kammer. Aber nur bis zwei. Nur bis zwei und Kiew überlegt, wie komme ich voran, wie komme ich weiter in den Kopf, wie komme ich weiter voran in der Psyche von Chase Gillett. Chase Gillett hält sich hier die Rippenpartie. Und jetzt soll es noch einmal diesen Fisherman-Suplex gehen. Es geht immer an sich da rauswinden. Ja, der Worte abgeblockt. Es geht gegen die Seile für Kiew. Hier ist der Worte. Hier. Hier. Hier ist ja. Bleidside-Clotheline von Chase Gillett. Kiew hat ihn nicht kommen sehen. Hier. Hier wird jetzt erstmal bearbeitet. Mit diesen Footstorms. Ja, und wieder konzentriert sich Skille zu sehr auf das Publikum. Meiner Meinung nach sollte er jetzt weiter nachsetzen in diesem Match. So, jetzt nimmt er Kiew in diesen Armbar. Der Referee checkt Kiew, ob er aufgibt, aber ich denke, dafür ist es noch zu früh in diesem Match. Aber noch ist es nicht so weit. Ja, das war noch lange nicht so weit. Und Jace Gillett sagt immer wieder, ich habe Zeit. Es ist mir egal, wie lange es dauert. Am Ende des Tages gehe ich hier als Sieger hervor. Ja, wie viel Zeit hast du denn mitgebracht, Thomas? Ich habe genügend Zeit für so ein Leckerbissen hier an Kampf. So, da gibt es die Aufforderung an die Fans, jetzt sollen sie mal die dritte von Jace Gillett mitzählen. Die Frage ist eher, wie lange will ich Jace Gillett im Ring sehen? Ja, aber anstatt Zahlen bekommt er Bu-Rufe an den Kopf geworfen. Doch Kiew, er ringt nach Luft. Ja, er ist angeschlagen. Er liegt jetzt hier am Boden, muss sich was einfallen lassen. Aber das dauert alles viel zu lange bei Jace Gillett. Aber jetzt hat er sich was einfallen lassen. Ein Moment nicht aufgepasst von Jace Gillett und schon gibt es die Schläge. Dropkick in den Nacken, Coverversuch. Bei zwei kommt Ivan Kiew hier heraus. Ja, falls es dir aufgefallen ist, Jace Gillett geht immer wieder auf den Nacken von Kiew. Ich weiß nicht, ob das seine Strategie ist, aber es sieht ganz danach aus. Ja, na, genau so muss man es auch machen. Einen Schwachpunkt bei seinem Gegner finden. Diesen immer wieder bearbeiten, so lange, bis der Gegner keine Gegenwehr mehr leisten kann. Und ich glaube, es würde ihm sehr gut gefallen, wenn er hier Kiew zur Aufgabe zwingen könnte. Ja, wir dürfen nicht vergessen, es geht ja nicht nur um einen Sieg. Es geht ja um einen Platz im Fatal 4-Way-Match, um den Unlimited Wrestling Champion Titel. Und genau weil es so viel Erfolgsaussicht gibt, gibt man hier auch alles und holt das letzte Quäntchen Leistung aus sich heraus. Ganz genau, ja. Es ist ja nicht nur irgendeine Titelchance, ja. Der Sieger des 4-Ways wird der allererste Unlimited Wrestling Champion. Du stehst in den Geschichtsbüchern. Ganz genau. So, der Suplexversuch wird jetzt hier von Ivan Kiew abgeblockt. Kann sich herausfinden, zeigt einen wunderschönen Kick. Und wie die Fans diesen Kick feiern. Ja, da klingelt es im Oberstübchen von J. Skillet. Und J. Skillet hat es nicht gesehen. Kiew gar nicht in den Seilen gelandet, so wirklich. Einen Schritt voraus. Kiew ist einen Schritt voraus, vielleicht noch mit diesem Cover. Nein. Wunderschön gemacht mit dieser Springboard-Aktion, aber es reicht nicht. Das war nur bis zwei. Kiew jetzt am Drücker. Befördert Skillet in die Ring-Ecke. Nimmt Anlauf. Big Boot. Das kann er wie kein Zweiter mit seinen langen Beinen. Skillet sackt hier zusammen wie ein nasser Sack. Wunderschöner Dropkick über das oberste Seil gesprungen. Cannonball in die Ring-Ecke. Das ist die heiße Phase von Ivan Kiew. Ja, das war die Dead-Rally-Bomb von Ivan Kiew. Nein! Aber nur bis zwei. Ja, J. Skillet, er zeigt, dass er auch hart im Nehmen ist. Rings of Saturn werden hier angesetzt. Und jetzt will er es beenden. Und zwar nicht mit einem Cover, sondern mit einem Tap-Out von J. Skillet. Ja, J. Skillet versucht ja mit dem Mut der Verzweiflung zu den Ring-Seilen zu kommen. Wir sehen schon, er strammt. Oh, das Bein ist dran, das Bein ist am Ring-Seil. Ja, Kiew muss lösen. Ja, die Idee war schon mal gut, aber da hat J. Skillet. J. Skillet doch noch zu viel Ring-Übersicht bewiesen. Ja, da hält sich J. Skillet den Unterkiefer. Da scheint er doch einiges abbekommen zu haben. Und du merkst, wie Kiew denkt, wie er seinen nächsten Schritt plant. Jetzt wird hier die Death Valley-Bombe ausgekontert. Ja, aber... Oh, tief gesprungter Dropkick an die langen Knie von Ivan Kiew. Oh, Kiew ist ein bisschen out. Der Kick von Kiew geht ins Leere. Dafür trifft der Trust-Kick von J. Skillet. Volle Breitseite ins Cover, aber nur bis zwei. Ja, J. Skillet kann es selbst nicht glauben, aber der Ringrichter zeigt es unmissverständlich an. Das war nur bis zwei. Die beiden haben sich ja schon einiges an den Latz geworfen. Ja, J. Skillet fragt sich, was muss ich denn hier noch tun? Oh, jetzt will er scheinbar Schluss machen. Ja, ein deutliches Signal. Werden wir jetzt eventuell den Sliding J sehen, seinen Finishing-Move. Er hat ihn oben, so wie Kiew ihn vorhin 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 hatte. Kiew powert sich raus. Ist geistesgegenwärtig. Und Skillet fällt auf die Knie. Kiew oben auf dem obersten Ringseil. Kiew kommt geschlagen. Ja, mit diesem Leg Lariat. Aber auch das war wieder nur ein Cover bis zwei. Kiew setzt nach. Fisherman Suplex. Diesmal ohne Brücke, aber mit Cover. Ja, auch das eingehackte Bein hat nichts genutzt. J. Skillet kommt bei zwei raus. Nur bis zwei. Beide Wrestler sind uns sehr gezeichnet. Beide müssen jetzt ihre letzten Kräfte mobilisieren. Ich denke, wir können mit Sicherheit sagen, wir befinden uns in der Endphase dieses Matches. Technisch fein, Hard-Hitting. This is awesome. Da können wir uns nur anschließen. Kiew lauert jetzt in der Ringecke. Wartet, dass Skillet auf die Beine kommt. Der weicht aus, aber auch Kiew kann den Kick von Skillet abfangen. Wunderschöner Enzo Igeri. Auch ein toller Enzo Igeri von J. Skillet. Oh ja, jetzt gibt es ja ein regelrecht... Jetzt ist es eine Frage des Willens. Ja, ein regelrechten Kick-Abtausch. Close Line von J. Skillet. Aber das bringt Skillet nichts, wenn er nicht covern kann. Ja, beide liegen wieder am Boden. Vielleicht schafft es ja Skillet mit letzter Kraft. Skillet fort drüber. Im Moment werden beide angezählt. Tja, er muss doch nur die Hand drauflegen. Das Publikum ist auf der Seite von Ivan Kiew. Aber wie es aussieht, trotz Anfeuerung kommt J. Skillet als Erster auf die Beine. Muss sich nochmal abstützen hier am Seil. Und das Ringrichter ist aber erstmal unterbrochen. Und Skillet freut sich darüber, dass er als erstes hochgekommen ist. Ist das ein psychologischer Vorteil jetzt für ihn? Ja, das werden wir sehen, ob er den jetzt nutzen kann. Jetzt lässt er sich aber wieder viel zu viel Zeit. Ja, er will jetzt hier Schluss machen. Legt sich wieder mit dem Publikum an. Kiew nimmt ihn hoch! Noch mal, die Death Valley Bomb von Kiew. Was soll er denn hier noch zeigen? Jeder weiß, um was es hier geht. Und das ist ein wenig Spannung. Michinoku Driver von J. Skillet. Aber auch sein Cover geht nur bis 2. Ja, ein Schrei der Verzweiflung kommt aus seinem Mund. Jetzt lauert Skillet hier an der Ring-Ecke. Wieder mit einem Kick. Guck doch, da wird er eingerollt von Kiew. Oh, das war ganz knapp. Ace Crusher, Kick. Und das könnte es jetzt sein. Nein, wieder kommt Kiew raus. Noch mal nachgesetzt von Jay Skillet. Guck noch mal ins Publikum. Er sagt, ich mache ihn jetzt endgültig alle. Und er macht es auch. Das war's. Und Sieger. Und somit in der nächsten Runde um den Unlimited Championship, Jay Skillet. So hart wird gefightet, wenn man ins Fatal 4-Way um den Unlimited Championship Titel einziehen will. Jay Skillet kann die Seite in seinem Geschichtsbuch schon mal um eine Seite weiter blättern. Und wer ihm dagegen überstehen wird bei New Dawn, das sehen wir im Laufe des Abends.